Abschnitt 29 Als George hört, dass der Geist vielleicht ganz in der Nähe ist, gerät er in Panik. Er schnappt sich ein Seil, das um einen dicken Ass gebunden ist, läuft zum Rand der Plattform und seilt sich blitzschnell ab. Dann spurtet er ins Haus und verriegelt die Tür. Glaubt er tatsächlich, dass sich ein Geist durch eine abgeschlossene Tür abschrecken lässt? So ein Dummkopf. Eigentlich urkomisch, pären da nicht die Flecken auf deinen Klamotten von der Dreckbrühe, die er über dich gekippt hat. Tja, es hat sich also gezeigt, dass George, wie die meisten Rabauken, ein Falkling ist. Das war's dann wohl mit der Hilfe von deinem schlimmsten Feind. Von jetzt an wirst du dich an deinen besten Freund halten. Dein bester Freund wartet in Abschnitt 73. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir halten T consum片.